Da wird mich die ganze Zeit keiner was wir jetzt genau spielen. Eno oder was? Halt die Fresse. Oder J-Lo? Halt die Fresse. Nein. Eno. Halt die Fresse. Warum? Du scheiße bist. Das ist keine Begründung. Doch. Das ist eine Feststellung. Nein du bist scheiße. So. Nein. Schnauze. Schau down. Connecte Liebe. Dass man nicht lügt wenn so viele Menschen gehen. Was? Ach dein Spaß. So auf den Connecten. Auf den Stern ruft voll Idiot. Auch noch mit Leuten zu längst. Boah ist das dämlich. Ja ihr verwirrt mich die ganze Zeit. Ich meine Delphine ist drauf. Delfine ist auf einmal irgendwas von wegen Jane oben und ich hab keine Ahnung warum es nicht eigentlich geht. Connecte endlich Delphine. Ja ja geht ja schon los. Nein du bist immer noch nicht drauf. Willi ich bin ich drauf. Nein. Hä was ist das für ein... Du bist tot. Du hast jetzt deinen IP falsch eingeben. Du hast überhaupt keine IP eingeben. Wo? Für Drogen genommen. Oh ja ich hab mein Fall auf den Fall gemacht. Eigentlich über die 4-7 scheinbar. Irgendwie sehe ich hier keinen. Du sollst ja auch niemanden sehen. Das reicht auch wenn du stirbst. Hör auf da runter zu schießen. Das ist voll die Noob-Methode. Harte Gefangener wird... Ach er ist unsicher. Woher weißt du das? Kannst mich gar nicht sehen. Er ist ein Hacker ne. Ey wo ist mein Flammenwerfer jetzt hin? Kackspiel. Flammenwerfer? Flammenwerfer. Wir spielen übrigens noch Noob-Methode ne? Hallo Alex. Schön dass du meinen Lärmwerkenwerfer aufgesammelt hast. Ja ein Schuss war noch drin. Nein war nicht drin. Diesmal mit Akutschi. Investiert auch niemanden. So ich sag's trotzdem mal. So jetzt muss ich auf 2 Porto-Punkte auf der Karte achten. Ey das ist ja der Flieger. Ich dachte es ist der Akutschi. Auf ihn. Warte auf mich. Ich bin harmlos. Okay du gehst da rein. Ich geh hier rein. Wir kriegen ihn. Nein. Den Rohr musst du beschießen. Der ist stärker. Massaker. Oh nein. Ich hab mal nach irgendeinem Arm getritten. Seine Unsichtbarkeit bringt ja nichts. Ich sehe dich trotzdem. Ich würde lieber den Unsichtbaren. Ah komm. Ich habe meine Art und Fickling. Okay ich stirb. Ohne Waffe. Ich brauch auch langsam mal ne vernünftige Waffe. Ich habe gestern meinen Waffentausch. Da ist gar kein Schuss mehr drin. Hattest du doch vorhin schon. Wir mussten mal auf die 10 Roten ne? Ja ich habe mich extra mitgenommen. Um dich zu verwirren. Ach fuck. Ja wieder nur auf mich gehen ey. Sowas feiges. Ich denke auf mich. Was passiert wenn man dem Fino vertraut? Deswegen vertraue ich ihm auch nicht. Deswegen töd ich auch. Wie versteht's denn? Naja geht ja noch. Ich hänge an der Haar Leiter fest. Ich finde das war sehr böse von dir. Dass du mich versucht hast zu verarschen. Leider sterben. Oh genau mit Kuh wechselt man ja die Waffe ne? Nein mit Tapp. Mit Tapp ja. Der hat mich gerade gefütet. Ist ja schon wieder leer. Warum fragt ihr alle diesen scheiß leeren Raketen da herum? Ich hatte ja nicht. Ich hatte ja nicht. Der war eigentlich noch voll. Nein wirklich nicht. Oh ich bin unsichtbar. Ich bin hier toll praktisch. Ich hab nur scheiß Waffen. Ich muss den Waffensatz ändern. Es war immer noch dasselbe wie gestern. Ja. Außer die eigentlich schon resetten sich immer wieder. Nein. Leider nicht. Dann ist es dasselbe wie gestern. Gestern waren sie auch schon scheiße. Da war alles dabei. Was willst du denn du? Ich hab auch am Anfang immer die Pistole. So kacke. Amal. Ich hab auch die ganze Zeit am Anfang. Das heißt kacke. Das ist toll. Das ist doch blöd. Ich hätte lieber Sturmgewehr am Anfang. Sturmgewehr. 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 Das ist ja scheiß. Fast alle Waffen hier sind scheiße. Außer Sturmgewehr. Das haben wir gestern schon festgestellt. Das fast alle Halo Waffen scheiße sind. Außer Sturmgewehr. Und Sturmgewehr. Und Sturmgewehr. Sturmgewehr. Ja. Die gibt es ja in. Okay. Jetzt geh ich mal weg. Massaker. Oh Mann. Die springt auch noch hoch. Ja ich mag die Mögen nicht. Ich hab wohl eigentlich die Gäste noch nicht mehr. Wenn ich nicht mehr richtig ertragen muss. Dann fang ich aber auch weg. Ja weil du das so schnell hinterhältst. Ne V Ultra. Das ist schon wieder Delfinio. Woll doch jetzt mal Alex. Jetzt muss Alex sterben. Kann sich auf so einen schwulen Namen nehmen. Alex. Hey hallo. Tolle Ping ne. Was ist? Gefällt euch meine Ping? Was ist das für ein Ping? Drück mal F1. Das geht nicht. Ich muss gerade Alex töten. Fuck you in your face. Neter Versuch Kleiner. Ah geh auch weg Delfinio. Du Arschloch. Oh Ping 204 und 386. Hier habt ihr aber schöne Pings. Ja. Ich hab einen Ping von 0. Sehr gut. So sehr ist man bei euch beiden ist jetzt wer. Ach. Ich lass euch das mal sagen. Du müsst euch ja äh. Unsichtbarer sein. Warte mal. Alex elf abgeschossen. Mal gucken wie lange das noch ist. Ja der hat ja schon elf mal abgeschossen. Der cheater doch. Ne ich hab. Eine Minute. Eine Minute dauert noch. Oh meine Aufnahme. Meine Aufnahme hat sich nicht. Toll. Oh ich super viel. Na das bringt auch nichts. Doch ein bisschen mehr Def. Ich dachte der springt runter. Das bleibt ja oben. Ich pack's nicht. Das ist meine Raketenwaffe leer. Was mach ich denn jetzt. So haben wir noch mein Superscheld. Mein Scheld leer. Hält dich der Finja. Halt doch mal stehen hier. Das ist jetzt hier heiß. Ja und er überlebt natürlich. Es geht heiß hier. Ich cheater doch schon wieder. Wollte dich getroffen. Lovernet. Du hast voll in Flammen drin gestanden. Das ist einfach mal vorbeischießen. Nicht unterbricht. Ich schieße dich drauf. Siehst du? Hä? Sind sie denn jetzt hier? Was ist die hier? Seid denn die jetzt hin? Woher war der doch noch da? Hä? Wo seid ihr? Kommt raus. Aber du Arschgesicht. Der hat ja auch noch eine. Dann hast du dich gerade lassen mit dem Schleser. Puh. Weiß. Habs geguckt. Juhu. Endlich fertig übertragen. Kein Leck mehr. Wir haben sein Spiegel getrunken. Wie immer kommt der Kutsche von hinten. Ist halt so ein perverse. Saketen erfahrt. Ooooooh. Jetzt kann der Spaß beginnen. Kein Leck mehr. Kann der Spaß wirklich beginnen. Weil ich jetzt sowohl einen Ragneten erfahrt als auch einen Planwerfer habe. Ey. Scheiße. Ganz oft vorbeigeschossen. Ist nicht so gut. Muss ja nur ungefähr einen Nahkampf eindecken. Hm. Da schießt der 500 auf mich. Ey. Alex hat immer noch einen Ping von 230. Ja. Das wird auch bei ihm nicht besöviert. 170. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Ich will Alex töten. Lass mich mal in Ruhe, Mensch. Hey, der Audio gefällt. Nein. Fällt mir nicht so. Gebt mir Super Schild. Hallo Super Schild. Hallo Super Schild. Böse, nicht zu zweit gegen einen. Ich bin doch nur alleine. Ja, da ist ja noch einer. Ja, da ist ja noch einer. Leer. War da noch eine Mission drin? Also ich stelle fest, man kann nicht schlagen, wenn man die Plasmapistole aufgeladen hat. Das ist eine sehr interessante Feststellung. Das sollten wir uns merken. Ja. Sonst wärst du nämlich tot gewesen. Ach. Das war ein Treffen mit der Plasmapistole. Hier jetzt wieder. So, wir wechseln mal wieder. Laden mal durch. Hab ich geladen. Sorry gemacht, Alex. Ich bin in das Schild kaputt gemacht und hab mich fast getötet. Hey, irgendwas hat mich getötet. Fast. Weiß. Ich war's. Ich. Ach, ich war's. Ich war's. Ach, man. Leider nur fast. Ich gräuchte hier nur mit Passend. Er ist tot. Weg hier. Ich bin in das Schild kaputt gemacht. Ich bin in das Schild kaputt gemacht und mich fast getötet. Boah. Scheiße. Ich hab ihn getötet. Ja, bei der Granate. 3 Punkte gegenseitig getötet. Bin ich nicht gut. Ich hab drei Punkte. Alter, wie viele Punkte hab ich denn? Ich hab schon, keine Ahnung, 1000 oder so. Nein. Nein. Nicht ganz so viel. Oh, ich hab's in der Video, was er den Rand klebt. Gar nichts klebt an ihm dran. Voll vorbei geschmissen. Ne, an ihm hat er den Rand geklebt. Nein, hat's nicht. Ja, ich hab's nicht. Sie jetzt, jetzt erst jetzt zwei drauf geschießen. Oh. Wann ich doch gar nicht. Ich schieß einfach auf Kutji. Den du jetzt getötet hast. Er hat das jetzt nicht auf mich geschießen. Nur weil ich am zweitmeisten Punkt er habe. Superheld. Spielende. Spielende. Ich bin ich erschlagen. Zählt nicht mehr. Hey, ich hab einmal geholfen. Cool. Mir selbst. Ein Helfer. Ich hab auch drei Helfer. ich hab auch drei helfe ich hab definitiv viele tode das Eckflöschchen ist ein Spiel ok ich hatte ja auch lag ja ja natürlich geschlossen also du bist eine andere Map hm ah schauen wir wieder die Map von gestern die wir am Schluss noch gespielt haben ja kannst auch mal Borderland nehmen Borderland nimm ne ganz große Map gibt's nicht eine mit Fahrzeugen Borderland gibt's nicht ja wie heißt sie denn warte mal Boarding Action Boarding Action ja sind zwei Seiten Boarding Action wird gelacht Willkommen Alex ich hab die Pistole coole Scheiße ja ich kenn mich hier voll gut aus mhm die gibt's in Halo 2 und Halo 3 nicht mehr und Halo Reach auch nicht die Karte ist eigentlich schade du hast gestern schon gesagt du kennst dich in manchen total gut aus ja bei dieser kenne ich mich halt wirklich gut aus nein was ist das für ne Map kannte mich bei den anderen Karten auch eigentlich relativ gut aus aber hab mal gemerkt ich finde du bist tot das hat manchmal nichts damit zu tun ne man muss auch zielen und treffen lief doch gestern super oder kann man da ganz unten runter fallen ja kannst du mal ausprobieren ah sie haben Honkyton getötet ja ich runter gefallen bin ich weiß Mann ist die Map scheiße Alter in diesem Loch komm die ist cool die hat was ich hab die Pistole ich bin fast unstoppbar Pistolenpower oh baby oh da freu ich doch gar nicht wird das jetzt wieder ein Teleporter laufen wie gestern geht der wieder durch ey ihr sollt mich nicht beide beschließen da ist einfach gerunden wie denn ich seh Alex nicht die Runde ist so scheiße ja ihr seid ja beide auf eine Seite könnt ihr euch ja nicht sehen naja schon aber was wählst du so ne scheiße Runde auch aus die ist gut nein ah ich hab versucht ich hab versucht das zu springen zu treffen aber da ist jemand runter gefallen war absichtlich ich bin da ich wollte springen ich wollte noch versuchen den Ebenen zu treffen weil es war absichtlich natürlich sozusagen um die Ecke zu springen ach scheiße ja 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 ich spring da nie wieder irgendwo runter wieso denn nicht ja sonst kriegst du wieder ein Kill ja ich sehe nicht weil er sich ab oder runter gefallen hat oh er hat Snipe ist klar ja ich bin da eben auch Snipe als du gestorben bist schießt drüben schießt einer rüber jetzt nicht mehr da hat er mir nen Header gegeben jetzt hat er plötzlich aufgehört zu schießen ich weiß gar nicht mehr drin ja cheater da bringt dir der Sniper auch nix ne ja oh der ist Inyo du hihihi da liegt doch das Seil doch schassig ich kann mir meinen Gisslauf gönnen wenn ich gerade Dings gespüttet habe boah sie sind die geilkraft für diese Map unten was denn bleibe wir haben Werfer mmmm ja genau war ja nicht ernst gemein jetzt wann ich wollte gerade Alex töten die Schwuchtel voll der gibt seinem Kind überhaupt so einen Schwuchtelnamen was Alex? ja was sagen ne toll ich hasse jetzt davon ach bin ich in die Trügel boah der kommt jetzt mit seinem Kegel gerade ich stelle mich in die Ecke und warte einfach das ist ein Sniper hä du hast doch den Zug zu wehen ja du warst doch da oben ich bin auch noch da oben aber boah warum habt die ey alter ich stehe so nicht zu weit auf mich drauf ne ich stehe nicht irgendwie die Krämpfe oder so boah und ihr ballert direkt auf mich ach nein das war der Fignot ich wollte dich gar nicht erschießen ich wollte doch eigentlich den homosexuellen Alex erschießen so ich bin blau ich bin blau ich bin blau ihr habt fast dieselbe Farbe er ist irgendwie keine Ahnung was ist er überhaupt er ist weiß ist doch kein weiß das ist sonst so leicht ist gräulig ja ist gräulig ok ok jetzt geben wir die Munition raus das ist ungünstig ich habe doch die Pistole ich bin jo ja ich brauche auch die Pistole ja ich brauche auch die Pistole ich brauche auch die Pistole ich brauche auch die Pistole Pistole Plasma Pistole Pistole ist hier nicht so wirklich glaube ich na hier nicht und mach mal das Radar aus ist ja schrecklich das kann man doch gar nicht ausmachen doch kann man nein und warum sollte ich das ist ein wichtiger Bestandteil des Spiels du musst halt nur drauf schauen da war doch eben wer du noob suchst mal ne richtige Waffe Mann ich hab die vorigen auch schon mit der Pistole erschossen voll einmal du hast ne richtige Waffe keine Sniper Sniper ist ne richtige Waffe und du Probleme mit dem Spiel weil du ja mit den Waffen im Spiel hast beschwert dich bei den Entwicklern was war das jetzt was war das gar nicht war dein Tod nein ich lebe noch nein ich lebe noch noch ah das heilte das heilte hat oh das ist Plasma Waffe ne das Problem ist wenn ich mich jetzt um dich kümmere dann schießt mich Delfino noch ich weiß sogar wo Delfino ist und gerade gesehen habe was ist der Sinn der Sache ich sehe da gerade so einen roten Punkt aber der kann hier nicht sein von daher der ist unter dir ich hab die vor der Pistole erschossen mein Strafschützengewehr war leer aber das können wir jetzt korrigieren Hallo der Pinio Armerklau Armerklau Mann ich töt ihn halt nicht vor meiner Rakete nicht reiß er geht das mal gegenseitig lieber geh nochmal nach unten ne ist unten ich bin bescheuert er wartet auch auf mich der will doch nur dass ich runter komme so glück bin ich nicht war der schön hier oben auf ihn nein ich mach ihn mit einem Schuss weg aber er schießt sicherheitshalber noch zwei da haben wir noch zwei man hat einfach keine Chance ok komm wir verbündung gegen ihn ok ey jetzt auch noch unfair werden hey da unten liegt Unsichtbarkeit ey man schießt auf mich was macht das Sinn was war denn das für ne Runde ach nein das war die Spielmodus wo eine stark ist und die anderen beiden ein bisschen schwächer und irgendwas schießt auf mich aber ich weiß nicht was ich lass erstmal mein Schild wieder auf der der ihn tötet dann wird so ein stark und so weiter wir sind ein Team ne also immer noch das rote schießen was was ja ich hab dich ja ich hab dich ich hab dich schon ein bisschen angedamaged nein du hast du komm träum weiter man weißt du wo ich war ich hab dich hinter so nem Pfeiler verschlechter dass du mich nur so halb sehen konntest ja und ich hab einfach immer wieder gewartet dass mein Schild wieder oben war ja Frau Lehmfeld die hat ja nicht gerade ne gute Feuerratse die Destole oh die Waffe ist bestimmt Schiff Pistole ist super man das ist eine der besten Waffen im Spiel oh ich hab Super Schiff eingesammelt oh du Arsch gewicht Delfino nicht auf mich das passt schon Delfino ok ein Delfino darfst du sterben fuck ich darf von denen werden auf mich aufzugehen ey Delfino lernt erstmal zielen das hat er gestern schon gelernt von mir naja nicht ganz mit Maus ist kacke ich hab mich Kontrolle gespielt mit ernsthaft Helden dann kann ich nicht ab der spielt einfach ne Konsole mit äh mit Gamepad oder was Machen wir mal stellen Pistolen oder spielt man mit Gamepad normalerweise naja man spielt allgemein X-Shooter niemals mit dem Gamepad ach freilich die Xbox Person kann man doch spielen da haben wir riesen Hitboxen und Aimbot integriert wenn man aufs Aimbot geht das sind meistens Shootern auf Konsole so dass man ein Aimbot drin hat viel Klau dann haben wir ein bisschen da nachts mit den Nadelpistolen sowieso nicht mehr bin mir nicht sicher welche Waffe ich jetzt mitnehmen will ja hast du bei deiner hast du bei X-Shooter Dings Okuji Nein ich hab keine weil ich allgemein konsole ein Scheiße finde naja irgendwie sagt es mit das zu tun oder mit Maus oder an der Xbox Gamepad wird allgemein allgemein ja